Und hier kommt Wegkürfrau Vakustödem, nächstes Pferd von Feibachhof und Recherbusch aus der Marathonstraße in Euskirchen. Jawohl, Wegkürfrau Aulfenur, Frau Sintrigernisolüm und der Hitlingfrau Vakustödem, ein Pferd, das hier angeboten wird von Feibachhof und Recherbusch. Wir sind mit Dagmar Scholl unterwegs und lernen diesen schönen Mausfalben kennen. Er ist 2011 auf Island geboren, hei, 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 auch hier wieder Freestyle und Free Rain. Also, ja, das macht doch einfach Spaß, oder? Erst recht, wenn die Sonne scheint und dann noch einfach so schöne Möglichkeiten im Töltier zu sehen. 1,44 ist der Maushalbe groß und er ist ein Viergänger mit Premium Gangsack, da geht es zu ihrem schönen Pferd. Jetzt zeigt sie es uns dann auch gleich im Trab. Mausgrau und doch kein Mäuschen, das ist unser Wegkürfrau. Ja, schön, wird kreativ sein. Er hat einen typischen Aulvadis, das ist die Oma Bewegungsablauf, wobei er sowohl viel höher als auch weiter aus der Schulter zeigt. Ein Dauertölter mit hoher Tempo-Varianz und großer Sicherheit dazu. Jetzt auch hier im Galopp prima unterwegs, jawohl, schön die unterschiedlichen Gänge zu sehen. Zügel überstreichen mit großer Sicherheit, das haben wir schon gesehen. Er ist deutlich fünfgängig veranlagt, wobei der Pass noch nicht ausgebildet wurde, aber er ist auf jeden Fall, wenn man es abfragt, abrufbar und damit natürlich eine Option für die Zukunft. Trab, ganz sicher mit gleichmäßiger Schwebephase, jawohl, haben wir gerade schon sehen dürfen. Und im Galopp hebt er sich im mittleren Tempo deutlich bergauf. Auch das ist eine Möglichkeit natürlich oder eine gute Option für euch, wenn ihr Turnierambitionen hegt und die vielleicht mit diesem Pferd gemeinsam abrufen wollt. So, dann gucken wir uns hier mal an. Jawohl, da kommt doch der Antritt im Pass. In der Tat. Ja, also, das ist ja schon mal gar nicht von schlechten Eltern. Ein höflicher Gentleman sei Veko, sagt Dagmar. Und er tut für seinen Reiter fast alles. Er macht alles möglich. Er kann daher ein tolles Pferd für einen anspruchsvollen Freizeitreiter werben, wie auch in der nächsten Saison bereits im Turniersport glänzen. Schritt kann er auch. Also, wenn es direkt einsatzbereit ist, der Preis liegt bei 18.000 Euro. Und wenn ihr Interesse habt an Veko-Fravakustil, dann meldet euch doch bitte bei Feiberhof und Recherbusch, unseren Freunden aus Euskirchen in der Eifel. Und dort kriegt ihr alle weiteren Infos zu diesem Ross aus dem Jahrgang 2011 für dieses Jahrzehnt. Ist 1,44 groß, hat gute Gene im Hintergrund und ist damit sicherlich ein Pferd, was gut vorbereitet ist für Ziele in Freizeit und Sport. Also, Veko-Fravakustil, Island 2011, jetzt auf Feiberhof und Recherbusch in der Eifel. Vielen Dank, auch hier gleich die Infotafel. Und dann könnt ihr gerne Kontakt aufnehmen mit Dagmar und Achim und bekommt dort alle weiteren Infos. Vielen Dank.